Das Bergmann Kliniks Mathilden Hospital in Büdingen sucht medizinische Fachangestellte in Voll- und Teilzeit. Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur MFA. Sie sind verantwortungsbewusst und geprägt durch Engagement und Flexibilität. Sie sind eine patientenorientierte Persönlichkeit mit Freude an selbstständiger Arbeit. Dann sollten wir uns kennenlernen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Bergmann Kliniks Mathilden Hospital Anja Rieder Leitung Allgemeine Verwaltung am Schlag 9 63654 Büdingen.